Wir gehen davon aus, und das haben wir ja auch hier schon häufiger gesagt, dass wir von zwei Jahren, sagen wir mal, also wir reden von Jahren, wann diese Pandemie vielleicht einmal um die Welt gegangen ist. Pandemien verlaufen in Wellen, das wissen wir, das ist sicher, aber wie schnell diese Wellen sind und wann dann diese, von denen wir immer sprechen, 60 bis 70 Prozent der Personen weltweit, der Menschen weltweit infiziert ist, das wird Jahre dauern. Das heißt aber, wenn das ein, zwei Jahre dauern kann, müssen diese Einschränkungen maximal auch zwei Jahre durchgezogen werden? Wenn Sie das ganz stringent durchdenken, wäre das eine Logik. Wir werden sehen, wie stark wir es eingrenzen können und dann wird man sehen, wie die Maßnahmen angepasst werden. Das ist wirklich eine Betrachtungsweise, die wir kontinuierlich durchführen müssen. Wie gesagt, im extremen Fall bestünde diese Möglichkeit. Wir werden sehen.